hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play tf2 mit mir den bro james und das musst du reden wer genau er ist ein bisschen abgedeckt werden ja wir haben verloren wenn wir spielen auf der märz pipeline frachteroberung und haben gerade voll kaputt vornehmen zu nirgends kommt in 40 noch mal bis zum ja das passt okay sind wir nicht hin blau auf einmal gewechselt warte ich komme schnell ah nein ich muss gegen dich spielen das ist hässlich muss kurz was am sound ändern ich mach eh nur ein bisschen rocket jump achso na dann audio ein wenig leiser kannst du schnell trigger schreiben dass wir aufnehmen nicht dass er jetzt anruft weil es wer sonst mach einfach ich nehm ich mach weiter ähm ja ich hab was neues und zwar hab ich die seele für meinen soldier den man aber nur an halloween leider so sieht weil ich den hirnbehälter drauf machen und der brauchte seine zeit auch er zockt die map pipeline habe ich selber an sich glaube ich schon mal gespielt bloß so waren okay die sie sind für alle vor dem Tor das ist geil weizen wir erst mal unsere Spice hier aus damit die doppelt so schnell sind so Turbo oder ich habe mich selber getötet Scheiße Egal, egal Bleib hier, bleib hier, bleib hier Hier, Jonas Alter, kommt gerade nicht vorbei Ich rage gerade eine Heavy hoch So Bist du Spike? Nee, ich bin Soldier Ja Ich bin Soldier Du lebst aber noch, gell? Natürlich Mit einem Schlag ist man nicht tot Scheiße, jetzt habe ich Schiss, wo du bist Scheiße Oh, jetzt habe ich dich gesehen Super, Noob, ich habe dich gesehen Wo ist der? Wo bist du? Wo bist du? Cry from... Da warst du Ah Ich habe es gut kaputt gemacht, ne? Bübel Jetzt habe ich nur leider einen ausgepeitscht Läuft Äh, das kann... Wo seid ihr? Alter, wie sie alle bei euch nur Spice sind Machen wir halt noch So, weiter geht Oh, mal geil Oh, jetzt bin ich auspeitschen hier First round win! Fuck, ich habe es hier nicht gesehen, oder? Nein! Ich habe die ganze Zeit bei dir Ups Mission startet in 60 Sekunden So, jetzt tue ich mich mal vor Pushen Ja, ich peitsche mich auf Ich push mich auf Soll ich Premium machen? Hast du Premium? Nö Das ist scheiße Vor allem mit 2 Also geil für dich Aber scheiße für mich Ich denke mal Ich glaube, ich weiß, wo ihr rauskommt Ich komme in der Mitte raus Genauso wie da du Soldier bist, ne? Nee, ich komme in der Mitte raus Auch als Soldier? Mission startet in 10 Sekunden Ich komme jetzt auf Nahkampf, Alter Wetten, du hast nur Engings und so Also wir haben, was ich sag's dir Ein Engings-Team Hab ich So, da ist der Erd Auspeitschen Fuck, den würde ich töten Los 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 Ich habe irgendwie Schiss, dass du von hinten kommst und uns ermesserst Scheiße Alter, der Cry von mir, der hat Cheat Alter, alles Nein, scheiße Alles klar Scheiße Scheiße Scheiße, das musst du dir dann auch noch mal anschauen Das war gerade richtig geil Okay Komm Lauf 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 Wieso seid ihr alle Nuss Wo warst du? Ich habe dich gesehen Ah, jetzt bin ich jetzt mal Ah Super Noob Haselnuss Haselnuss So 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 Oh Nice Weiter geht's Eins, was spielst du? Demo Ah, okay, ich sehe dich Oh Gott Fuck Alter Ich wollte dich auspeitschen, war zu langsam Das kann ich gar nicht mehr machen Leck Okay, es geht wieder Alles klar Ähm Wieso treff ich dich nicht? Wieso ist der gerade durch die Wand gelaufen? Alter, was habe ich hier für Scheiße, Mann Äh Der ist irgendwie invisible Jetzt wurde ich Hä? Da Alter, der steht da oben in der Sentry Da ist ein Soldier, der ist invisible Der läuft durch Wände durch Alles klar Jetzt kannst du gleich abschwenken, mein Freund Viel Geht Eins Hal Geht In Oh beats Oh 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 There Oh 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 Weiß nicht, wo ich hin soll. Ich geh grad übel ab. Scheiße, ihr habt da auch ne... ...ne Sentry. Ja. Geil. Ich hab ne bessere KD als in... ...TF2. Äh, in... ...in MW2. Wieso sind die alle schneller als ich? Wenn du ein Soldier bist. Ja, aber ich peip's hier und dann... ...klar, genau, als ob ich das nicht seh. Dummes Mensch. Ey, komm da oben raus! ... ... Noo, wie viel du ausgehst, Alter! Juch! Alter, was du aushältst! Oh, ich hab den stattlichen Schutzwort nochmal gefunden. Wie geil, was du aushältst, Junge! Egal, egal. Ja, das passt schon. So, wenn ich mal den Teleporter... ...geil, wenn ich mal den Teleporter ausnütze. ... ... jetzt bin ich wieder im Spawn, dann was soll das? ist musen für den oben vor allem so dann wo sind das sind wo sind du bist Kind als Oh, jetzt habe ich dich aber gesehen Bist du blöd? Ich bin Happy nicht down Loll, da oben ist ja noch einer Wie konnte mich mein eigener töten? Oder habe ich das kann nur irgendwie falsch gesehen? Jetzt komm Oh, wie schlecht der Typ schießt Ich hab gewusst, dass ich sterb Ich hab schon 5 Köpfe, Alter 5 Köpfe Könnten Sie noch einer da So, muss ich kurz was gucken Oh, warum kackt es jetzt bei mir so ab? Boah, nein, nein, ich kann sie Ja! Nein, doch, ja gut Scheiße Ja, jetzt geht's wieder Der Jaguar Alter, wie das bei mir rumbackt Wie viel haben wir? Ja, dann machen wir hier schon, weil ich kann nicht mehr spielen, meine Flaps sind down Oh, jetzt sind sie wieder down Sind sie wieder da Alter, sorry für's umbauen, aber Boah Ja, dann machen wir hier halt einfach an Ja, dann machen wir hier aus Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Sag noch auch was Nettes Nö Okay, muss auch nicht Oh, jetzt sind meine Flaps wieder da Na, dann machen wir noch ein wenig Mhm Oh, sieh, ja dann passt's ja Also, mit diesem Sieg verabschieden wir es heute von Let's Play TF2 mit mir den Brauchhands und dem Stormplayer Ja, dann machen wir hier